Hallo und willkommen zurück zu Dungeon-Mans. Wir sind beim nächsten Charakter. Genau, dann nehme ich den Vorschlag von... Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Da kam ein netter Vorschlag für einen Namen. Koordinator. Yay. Okay. Das ist ein sehr schöner Stats. Nehmen wir das. Ich nehme mal dieses Mal diesen Fighter-Mans. Solid-Core-Weapons, Shields and Armor. Ne, das wollen wir ja nicht. Dann nehmen wir doch wieder den Dungeon-Mans. Maximum Health und... Ähm... Tireless. Das wird... Das wird... Wieder so einer. As you say, two adventure. Okay. Dann bauen wir... Das hatte mir eigentlich ganz gut gefallen. Zwei Handwaffen dieses Mal. Dann haben wir natürlich den Charge nicht. Stattdessen haben wir einen Sweep. Und... Moment, ich habe die Rüstung. Ich habe die Waffen. Nehmen wir noch das. Das. Mhm. Nehmen wir erst mal... Das. Das ist natürlich... Ähm... Wir nehmen einfach alles. Macht ja irgendwie keinen Sinn, das aufzusparen. Es sei denn, ich hätte natürlich... Ähm... Alle Ausrüstungsgegenstände schon gehabt, jetzt bei einem... Dingern. Aber das ist ja sehr unwahrscheinlich, wenn man zu viel Crap bekommt. So, das ist ein guter Anfang. Oh. Sehr schöne Rüstung. 150... Also 300 Fire Resist insgesamt. Der hat ja jetzt schon teilweise bessere Rüstung, als der eben hatte. 60 Fire Resist. Der Rest ist natürlich Unsinn. Gut, die Ringe mit dem Eis-Ding ist ja... Die waren halt schon sehr gut. Ja. Jawohl. Hm. Can't use... Stuff... Stuff... Bow... Pull-Arm... Hatte ich ja keine Zweihandwaffen reingelegt? Zwar... Stab, der nutzt ja nichts. Ah, hab ich falsche Erinnerungen gehabt? Ach, genau. Bauen konnte man die. Äh... Toasted Melter. Braucht man aber erst ein Crusader-Hammer für und mehr Crushorium. Minimal mehr. Aber das sollte schon gehen. Dann... Das meiste ist sogar schon auf Max-Knowledge. Dann lassen wir uns hier den Kram beibringen. Das... Und dann können wir das ja schön pushen. 38. Ich muss erst mal reichen. Na, machen wir hier das noch ein bisschen höher. Jawohl. To the Overworld. Ja, da kann ich direkt durch. Don't underestimate champions. Das ist ein Champion. Erstes Level Up. Das dauert noch. Das dauert auch noch. Ja, Treasure. Was ist das? Ist das ein Geschenk? Best Day Ever. It's my birthday. So here is a gift for you. Thanks for playing Dungeon Manz. Ah ja. This item probably doesn't contain bees. The total Bomber and Randomizer have been removed from the present list as well. Ah, Wahnsinn. Hmm. 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 Gut genug. Dangerous. Der Charge war natürlich schon sehr nett. Und gegen die ganzen Fernkämpfer. Level Up. Nummer 3. Lieb. Das kann sich aber auch sehen lassen. Das kann sich aber auch sehen. Da kann man direkt mal ein bisschen... ...abräumen. Die Dinger lasse ich trotzdem mal außen vor, denn wenn da mehrere Schützen auf einen draufschießen, dann ist man trotzdem schnell im Arsch. Gehen wir hier direkt runter. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja er Da kann man sich natürlich dann auch nicht dran gewöhnen, dass alles so schnell umfällt. Stehen. Level up. Äh, Rostung brauche ich ja erstmal nicht eigentlich. Hm. Na, allerdings, was anderes macht gerade keinen Sinn, also nehmen wir das. Jetzt sind hier wieder alle super schwach. Ist das so ein Hammer? Ich glaube nicht. Drink! Strength bei 1. Ah, da ist der Boss. Das ist peri-peri. Batsch. Yeah. Aber ich glaube, der kostet verhältnismäßig viel. Na, geht so. Level 4. Auch cleared. Dann machen wir das hier jetzt. Das ist trivial. Und keine Schützen da. Ja. Ja. ens. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. To the overworld. Dann können wir auch in der Stadt direkt diese Dinger abgeben. Maximum Prosperity. Nicht, dass das irgendwas nutzen würde. Machen wir das auch gerade noch, bevor ich das abgeben gehe. Okay. 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 Matsch Dann gehen wir mal eine Runde abgeben Nein, das ist das noch nicht Dann schauen wir mal gerade, ob hier irgendwas bei ist, das man benutzen können Winged Sword, ja, das ist ein Zwei-Sterne-Ding Das ist ein Drei-Sterne-Ding Da könnte man eventuell was Besseres herstellen Ach, unidentified Dann sollten wir das vielleicht noch identifizieren Nochmal Mana und Kill Na ja Das ist zwar auch nicht gut Oha Okay Einschmelzen Okay 40 Da oben ist nischt Da auch nicht Dann machen wir das hier Und den Dann werde ich aber dann auch direkt runterrauschen Man, den macht halt Eigentlich keinen Sinn Naja, ich hätte auch eigentlich ein größeres nehmen können Aber Nehmen wir hier auf jeden Fall den Boss mit Und Wenn kleine Champions Einmal über den Weg laufen Dann geht das sicher auch Champion Dangerous foe Dangerous foe Ich warte noch auf den dangerous foe Oder war das der eben Da ist er Das war glaube ich die Axt Die man brauchte Dangerous foe Okay Und bleib halt weg Und Champion So schön Und Level 5 Damit können wir jetzt Ne, können wir nicht Das ist Level 6 Das Identifizierungsding Wings Next Die können wir eventuell noch brauchen. Wieder ein besonderer. Wieder ein besonderer. Nach unten. Powerful evil. Hmm. Da ist der Boss. Ja gut, was ich nicht habe, ist dieser Gegenschlag. Der hatte natürlich eben viel ausgemacht. Okay. 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 Und raus. Und den. Okay. Okay. Dann werde ich direkt nach unten. Adventurous. Hier sind nach wie vor etwas böse. Runter. Nochmal runter. Nochmal runter. Okay. 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 4 Hall of Champions. Könnte man sich später mal angucken. Powerful Evil. Ja, ja. Secrets. Mhm. Na toll, das gut funktioniert. Na. Level up. Das sind wir schon bei 6. In. Na ja, da bin ich jetzt auch schon doch in der Ecke dran. Ähm. Da können wir aber jetzt auf Waffen gehen. Wheel of Pain. A focused battle rage where you constantly make melee attacks all around you even while taking other actions. Das ist sehr schön. Hive savings. Hive savings. Naja, das ist sowieso nur Müll. Müll. Dann wird der Boss wohl da unten sein. Was? Down the dungeon just mostly a me. Me. Ah, okay. Pros. Wir sind da wohl leider langsam keine Gegner mehr. Achieve und Unlock doch, hat gepasst Flüm Sauber Mann den, Trivial Räumen wir das hier gerade noch leer 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 Räumen wir das Geld um und eigentlich gar nicht aufsammeln, weil es so wenig ist Wenn man dann später ein Gold pro Gegner bekommt Da kann ich gar nicht aussuchen im Moment ob ich das machen will oder nicht Zu wenig Kartografie Dann sollte ich jetzt nicht in gefährliches Gebiet laufen Ja was ich nach wie vor nicht kapiert habe, ist das mit den Büchern Was die genau bringen sollen Da müsste ich nochmal nachschauen Ja 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 ja, ist der das, oder? Nö Bin ich wieder der Zehnte? Nö, elf, aber der eine fehlt Der, hier steht ja auch gar keiner mit Schild Hm Oder wurde der woanders aufgestellt? Hm Was haben wir jetzt hier? Äh erstmal kannst du wieder identifizieren Hm Defeat Armor Ja Defeat Block & Parry Spellpower wollen wir nicht Increased Base Health Fire und Parry Was ist das? 1 Strength, 2 Bonus Block Okay Da ist ja schon ein Haufen Zeug drin Geht er weg Okay Basic Archery, Dungeon Derwig Das war das Das nutzt uns ja eigentlich nichts Nehmen wir das Um diesen Port noch zu bekommen Ich schaue gerade mal nach Was es überhaupt bringt Die Bücher in der Akademie Wegzugeben Schauen wir mal gerade Will increase the library size and give you 3 skill books per turn if you want Per run Aber Aber Da sehe ich jetzt keinen Nutzen Weil die haben wir ja schon auf Maximum The more books Da stand noch was The more books in a library The better your odds of getting a proper gut feeling about the world's surprises You have no way of knowing the water Okay Aber das ist von 2013 Wir können uns hier diese Dinger noch einsammeln Ich glaube das sind auch Bücher Aber das sind halt maximal 4 Ja 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 Darunter Legendary Armsman Habe ich schon voll gemacht Archery Archery Könnten wir theoretisch ausbauen Kartografie Das ist gut Dungeon Derwig Iron Marksman Viermal das Buch Was gab es denn unter Archery noch? Junior Archery Damit kann man schießen Can rangers focus With Greatly increases Ja das ist das wenn man stehen bleibt Ja das kostet halt auch wieder alles Stamina Will ich eigentlich nicht Äh Benamens Dieses da war ganz gut Äh Cryoscience Warum man eigentlich nicht Oder ich lerne einfach mal prinzipiell alles in diesem Run Kann ich das überhaupt lernen? Das hatte ich ja jetzt Ups Hatte ich ja jetzt eigentlich schon voll Das kann ja gar nichts bewirken Ist dem ziemlich egal Ne hier Legendary Armsman Legendary Armsman Legendary Armsman Ja Ähm Ja das könnten wir auch mit Bögen schießen Kann ich mir auch den Bogen aus dem Dingen rausholen Außerdem können wir Eisblöcke machen Kann man mal mit rumspielen Gehen Tough Enemies Damit kann man nur rumspringen Requires bow Habe ich da nicht auch was gewählt? Ja Ah das war das Razor Fury Ich meine ich hätte da noch irgendwas genommen Masters Programs Naja Ähm Cryoscience Kann ich lernen Macht aber nichts So Dann können wir Hier gerade Was? Die können wir doch gar nicht da reinlegen Das müsste aber jetzt ein Fehler sein Da kommt also der Bogen hin Da ist der bitte Upgrade Hammer Chill Naja Das kann eigentlich nichts werden Hammer Iger Machen wir das auch noch Und dann nehme ich halt das bessere davon Und dann die sind beide schlechter als das was ich schon habe now works internet das aktuelle könnten wir dann noch verzaubern da kommen sechs bleeding der mensch dazu mehr attack twice in kurs bieden und die fünf prozent naja das dürfte besser sein dass es sich ab wenn auch nicht viel der ganze rest kann anscheinend weg ach der hat minus fünf aber hier sonst waren zu ach so ich kann das nichts wenn gekürzt ist scroll auf eat cars 115 mele 115 mele ändert also dahingehend nichts dann lassen wir das so dann kann ich den rest einstampfen dann gucke ich mir noch an was psycho tost sein soll finde ich gerade nichts steht immer nur dieser begriff da beziehungsweise in den patch notes das aber nicht was das bedeutet dann geht es weiter beziehungsweise dann mache ich erst mal einen schnitt und dann schauen wir beim nächsten mal weiter bis denn